So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Feed the Beast Mage Quest. Letztes Mal haben wir hier aufgehört, wo wir hier versucht haben, der bessere Terra-Stil herzustellen. Hälfte haben wir jetzt langsam vom Pool voll. Ich bin schon in der Zwischenzeit mal eine Runde rumgerannt mit der Schere und hab einen Haufen abgeblättert geerntet, aber ein bisschen lahmarschig. Das ganze immer noch. Deswegen machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir haben ja das ganze Zeug klappt für eine Gourmet. Also wir brauchen ja das hier, das hier. Was war es noch? Gourmet ist hier. Dann brauchen wir Sand, Sand, Slime und Melone. Beim Melone, Melone. Melone. Und dreimal reißen. Ups. Ja, der frisst schon wieder was, aber es kommt nicht richtig vor uns. So. Ein, das Papier. Eins, zwei, drei. Sack. 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 Hallo? Habe ich jetzt falsch gemacht? Sand. Sand statt Mana-Stil. Na, nicht essen. Nicht essen. nein ach komm habe ich ja das sand zweimal sand war es mal ohne zweimal ohne einmal melone und voller jetzt brauchen noch einmal zufällig irgendwo eine übrig schlecht aus dreimal nether brick nether ward da brauchen wir jetzt dreimal steel und dann brauchen wir hier für die blumen noch ein bisschen wasser padel fertig ach nicht das funktioniert nicht so toll deswegen ist egal jetzt müsste es gehen jetzt füllt sich so manas die manas die living rock ist egal meine schrift laufend kollege da hätten das sommer eins zwei drei oder den hier so jetzt muss man nach dem padel gucken ich muss gar nicht schlafen aber jetzt geht es nicht hmmm äh gummi brauchen grau leicht zweimal leicht grau und einmal leicht wenn sich jemand in seinem saustall auskennt dann geht es normalerweise einfacher und rot und mysterious red und zweimal muss ich die aufladen yellow mana yellow mana light grey und das bauen dann mystical light grey dass hier irgendeine Creeper rumrennt. Oh, nicht jetzt auch noch. Äh, den nicht hier hin. So, zu schnell unterwegs. Dann hätten wir das jetzt schon mal. Zwei von denen. Und einen von denen. So, die Blumen bauten wir ganz normal. Dann kommen wir erstmal durch den Wassereimer. Äh, Seeds haben wir noch nicht dabei. Vorne holen. Äh, Seeds, Seeds, Seeds. Ein, halt alle. So. Einmal. Einmal. Einmal das Teil. Einmal das Teil. Einmal rot. Einmal gelb. Einmal aufgeladenes grau. Einmal leeres grau. Einmal. Und zweimal die hier. Juhu. Wir haben dann immer eine Blume. Hm. Immer nur eine Mana Spreader. Moment. Also. Auch hier dazu. Dann, ups. Ja. Komm. Funktionier. Jetzt geht's. Einfach nur rechts klicken. Und dann läuft das Ganze. Mal schon mal die. Putten in die Felder wieder auf. Bessern. So. Machen wir jetzt eine kleine Scheißladung in Brot. Und schmeißen die auf die Gourmet. Okay. Kann man das alles, alles. Nee. Kann man das zum Mehl umwandeln. Oh. Dann wäre es noch besser gewesen. Okay. Alles zu Brot. So. Nein. Das ist nicht hier rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Das sieht's noch hier rein. Ist eigentlich mal planbar. Okay. Dann zieh ich mal den Ring aus. Dann zieh ich mal den Ring aus. Dann zieh wir mal den Ring aus. Jupp. Okay. Der frisst ordentlich. Wahrscheinlich ein bisschen zu gut. Äh. Dann müssen wir noch ein bisschen anpflanzen. Erstmal schnell schlafen gehen. Hm. So wie es aussieht ist das. Und nur sättlich. Dann müssen wir halt noch ein bisschen was anpflanzen. Ich glaube es gibt hier keine Geeskanne. Ich glaube es gibt hier keine Geeskanne. Mal aus Thorncraft die, äh, Ding of Growth machen. Dann würde es vielleicht nur gehen. Ähm. Autsch. Geht nur ein kleiner Zombie. Tfox, du Arschloch. Tfox ist auch einer der, äh, Mitarbeiter an, äh, die ganze, wir haben den ganzen Modpack. Von, alle Modpacks von, äh, Feed the Beast. Arr, arr. Nein. Bomm. Ich bin das einzige was ich nicht loswerden will. Der Rest kann nicht alles verpulvern. M calmly den Kasten. 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 Rrrr. 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 Dann war's nicht loswerden. Ah, na dann. Der Zwang. Wic construir, witchcraft, witchy. Oh. Wiccship muss mein Dorf electriken. Wiccship unsere Dorfelt. Um. So, dann gucken wir was Gourmet zu dem sagt, weiss ich, ist es ja nicht roh, ok, wird aber der Bahnetag viel schneller, nicht wohl echt besser genau das zu machen, das wollt ihr ein bisschen mitnehmen, dass ihr da gleichzeitig immer abbaut, na komm, mach weiter, du bist voll irgendwas klopft, ah ja, man, wir müssen den Pool vollkriegen, 15, das geht wieder Brote, zack, oh Gott, Müll drohen hier, allesamt, zack, fressen, das ist wahrscheinlich auch heftig das Ding, da müsst ihr euch echt eine riesige Futterproduktion machen mit Karotten oder sowas, die dann auf das Zeug auf die Gourmelis, auf die drauf droppen lassen, ah, oh scheiße, wie machen wir es denn am besten, ja, oh, jetzt mach da wenigstens weiter, der macht, produziert echt am meisten, das Ding neben der Baumfarm, das wär echt der Hammer, so könnte man dann noch eine richtige coole Manaproduktion machen, aber so wie es bei uns gerade ist es beschissen, da bräuchte man dann halt noch sowas wie, äh, wie hießen, Arbeitskraft und sowas in der Art, wo man dann so automatische Baumfarmtage machen kann, Einziges Problem, wie gesagt, da bekomme ich keine Setzlinge raus, äh, Ringhammergrad aus, das heißt, hopp, mach auch mit, Jawohl, Viertelhammer, hehehehe, ja, mal, schauen wir mal, was wir sonst noch in der Zwischenzeit machen können, in der Schnitzel draufschmeißen, Tiger's Eye, hier ist noch ein, Ich schmeiß mir nicht mal alles rein, Joa, die frisst gut, der ist schon scheißegal, was da ist, und alles verspeist, naja, meiner Produktion immer nur beschissen, mh, mh, okay, da kann man Creeper fernhalten, also, Validine Mood, Causing them to breed, okay, da vermehren sich die Viecher außen rum, also, schauen wir mal in der, File of the Fleet Feet, schauen wir mal da danach, hm, okay, wenn ich die Blumen, ein bisschen Mana, irgendwo hinbaue, vertreibt die alle böse Viecher, Mh, Tordel Hammer, ja, das helft der Hammer, wir brauchen den halben Mana Pool für ein, Willst du denn das schaffen? Vor allem da die Dinger hier so scheiß langsam übertragen. Und die sind sowieso nutzlos, weil ich es nur nicht checke wie das geht, was gescheit beschrieben ist. Wie machen wir so ein bisschen? Es gibt immer noch zwei, das ist auch wirklich cool. Wolf of Magic from Disney. Von Zeppelin, in which summon a diamond and crafting there we can farm at you don't, okay. A Tune Stone, Lava, Wolf of Magic is Rowan. Ich hab ein paar dran gestanden. Wie bekomm ich Rowan-Zapling? Oder hab ich den einfach irgendwo? Alter, Hawthorne. Kein Rowan-Zapling. Rowan. Warte. Wie da der zu wenig abbaut. Kann schon sein. Rowan-Lag. Dann machen wir halt da mal ein bisschen weiter. Müssen wir halt nur mal kurz den Kaler-Lava holen gehen. Und da muss schon. So. Da kommt auch gleich was runter. Und Berries auch noch. Ach scheiß drauf, ich setz mir meinen Ring wieder an. Und mir alles zugflogen. Deutlich einfacher. Na komm. Jetzt haben wir vier Zepplinge. Ah, ich muss nur gucken, wie ich die scheiß Clay-Charves mach. Clay und Clay war. Gehen wir noch kurz auf Clay-Suche wahrscheinlich. Wenn ich keinen mehr hab. Oder ist da hann im Wasser noch einer? Ich glaub das ist ein bisschen was. Das müsste reichen. Ding. Doing. Doing. Komm. So, schnell bitte schlafen gehen. Wollen wir mal kurz abchecken. Ich kann schon vergessen mit unserer Mana-Produktion. At night and it's... Ah ne. Keine Monstern hierbei. Glück habt. Ach ne. Brauen ist ja gar nicht. Rowan Wood. Da ist drauf. Rotzelt das Ding. Pass ich nebenher ein bisschen auf. Da ist man direkt einen raus... Ach, der muss doch direkt. So. Perfekt. Perfekt. Dann muss ich kurz in den Keller mit einem Eimer. Okay. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Mal kurz gucken, dass ich die ganze Rowan-Zaplinge bekomme. Ups. Hier hin. Und... Na komm. Gib mir nochmal einen. Und die habe ich schon dabei. Da haben wir nochmal einen. Passt schon. Einmal einen Kalot zum Lava holen. Ups. Halt. Kallert und Hölle. Ich weiß nicht, wie meine Hölle ausgesehen hat. Deswegen würde ich sagen, gehen wir lieber in den Keller. Dung, 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 dung. Das läuft im Arm. Ups. Aufs. Ups. Schleimer Mahno funden. Ups. Hey großer. Wow, 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 wow. So viel Schleimgley. Na komm. Alle weg. Wow. Ich habe vom Schleimgley. muskel bekommen jetzt wird er den herr hat richtig doch da rein und wieder raus Das müsste es sein. Jawohl, wir nehmen den Stein. Das heißt, wird ein Stück von Witch Weekschaft. Claim Rewards, nochmal ein paar von denen Steine und so eine scheiß Tasche. Keine Ahnung für was, sieht man dann in der nächsten Folge. Weil jetzt machen wir den Schluss für diese Folge, dann geht's das nächste Mal weiter, machen wir weiter bei Witchery. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.